Ich meine, wenn ich die Dinger drauf habe, dann brauche ich mich nicht mehr zurücksetzen lassen, dann werden die hier wieder gelöscht. Das ist mir schon klar, das sag ich ja. Dann sollte ich mich vorher zurücksetzen lassen. Richtig. Dann holst du die Leute auf der Map hier und du fährst rüber. Ja. Ich komme mir ja auch super damit aus. Michael hat ja Internet gekündigt, weil er ja ausgezogen ist und ich kann erst ab nächstem Loch anschließen lassen, weil der Router zur Traffic geht. Bis der Router kommt. Mhm. So. Gegebenenfalls. Man weiß ja immer nie genau. Oh, ich rast. Ja, ich weiß noch, wenn sie gesagt haben, dass sie bei mir Glasfaser legen. Und dann kam sie und dann hat er gesagt, nee, kommen wir ja gar nicht, nehmen wir gar keinen Kasten. Das war ehrlich, aber ja. Da kam es dann auch nicht mehr drauf an. So. Stahlträger. So. Einfach schon wieder im Arsch der Welt, ne? Du holst Betonblocke, ja? Ja. Ja. Na gut, da fahr ich jetzt auf jeden Fall noch hin. Ja. Ich glaube, abliefern kann ich sie nicht. Und dann zappelt. Er ist nicht wach, aber er zappelt da rum. Muss ich da oben bilden? Ei, ei, ei. Dann müssen wir mal, hast du, wie toll war das DLC mit dem Brücken, was du da gesagt hast? Was? Das DLC bezüglich der Brücken? Der Brückenwagen? Ja. Keine Ahnung, wie das hieß. Muss ich mal gucken. Das kostet halt ein bisschen Wasser. Das wäre aber auf jeden Fall sehr interessant. Sehr interessant, ja. Muss ich mal gucken. Ich gucke gleich mal. Ich mach kurz den Plan fertig, dann gucke ich direkt mal. Fürs nächste Mal wäre das schon ganz geil. Das wäre bestimmt noch eine Weile spielen. Dann würde ich es auch lohnen. Oder ich habe falsch gelesen, das war eine Mod. Ja. Na ja, ich wollte auch nur Hallo sagen, euch allen noch einen schönen Abend. Sophie wünsche ich dir auch. Hör mal nach, Sophie. Green Tintakel sagt, ist ne Mod. Was? Green Tintakel sagt, ist ne Mod. Was? Was wird denn getragen? Echt? Schau mal. Ich gucke trotzdem auf bei mir. Ja, guck mal. Ich habe das von irgendwo gelesen. Ich habe das von irgendwo gelesen. was es gibt. Ja. 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 Das ist doch die, die wir haben. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. was der master don master don das ist ja den wir haben lassen hier schickes ja Okay. Excellent. Okay, können wir hier rüber. Hey, danke für den siebten Monat. Vielen, vielen Dank. Das war ein Pernanzen. Puh, geht's ja ausgabend aus Fitbit zu, oder? Hier ist es besser als zu dem, ich gehe leiser. Das ist es, ich rede ein bisschen leiser, weil ich bin ein bisschen spät. Ein bisschen spät, Krabi. Hier war keine Frage, habe gesagt. Du kriegst ja auch bei der Switch, Krabi. Krabi, alles schick bei dir. Alles gut, ne? Alles gut, ne? Ja, Krabi will sich ja auch schön starten, wo auch eine Runde geil ist. Hm, okay. Hm? Hm? Naja, die Mod, die ich meinte, hat dazu gestiegen. Bereits das zweite DLC, den ich wegen der horrenden Schwierigkeiten ausschließlich mit drei Mods spiele. Und gäbe es keiner Mods, wäre das Blüten. Da ist halt bei. Und wie eine Bridge. Schon so einfach. Ohne Mods riesige Schlammnisse, um mit der Tunnel zu arbeiten, um mit dem Tau zu mir doch zu begleben, sonst war es nicht so gut. Wurde sich die Wälder beglemmt. Und zwar, das ist bei der Fall. Das war auch klar. Ja... Also, durchkommst du schon überall mit diesem Ding hier, finde ich. Das dauert halt gut. Klar, wenn ein Anhänger da ist, wird es schmiediger. Dann wird man bestimmt auf das Decken bleiben. Bin platt für heute, aber alles gut. Dann, ab in der Heier. Ein Krabby. Ich versiere, dass wir damit jetzt gehen müssen zu lassen. Aber lass das, wenn du bereit bist. Da habe ich jetzt schon drauf vermisst, Entfernung an, ciugelnme flavor keine Eink supportive, So, mir für die Brüden nachs Caroline. Kaz Invest, бизнес funktioniert zur Südlammischenいうこと, 131-2-zinziele definitely! ... ... ... ... ... ... ... Ich bin mir die Karüse spieler schon mit Zippen. Und da füge ich die Stimme verkacken. Italienuergang, oh mein Gott, Italienuergang, oh mein Gott, Italienuergang, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Aber hat letztes Jahr Fußball auch 4 Euro gekostet? Ich glaube nicht mehr, 2 oder 4. Ich glaube 2, ich glaube 4 nicht. Oder 3, ich glaube nicht so toll. Ich rechne es jetzt mal aus, 1500 Leute, man. Das sind einfach mal 6000. Ja, aber wer weiß, was die für Auflagen haben jetzt. Ja, ja. Sanität da hinstellen müssen. Ja. Ja, dann unterkürzen wir alles. Der Bierverkauf, wie du es ja. Das war wirklich von Kürtlernstern. nicht da muss ich das verlängern? ist das zu spät? wieder erwacht wahrscheinlich ich bin bestimmt gerade in der Höhe hm ich habe mir das dann gleich vertruft ok Inka hat schon gegangen mach mich da eine meine die Ich bin vorhin auch vorbeigekachelt. An der Einfahrt hier? Ja. Ich fahr schon echt so langsam, Mann. Ich fahr schon. einmal in der